Der Viertelfinale Der Torx 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 Ecken und Freistöße. Dadurch haben sie das Spiel gegen Bielefeld fast nur deswegen gewonnen. Drei der vier Tore ging aufs Konto von Standard-Situationen. Schiedsrichter der Partie jetzt. Sportskamera, Schäfer vom Tosporaden. Die Stuttgart am Angriff. Abschluss von Marco Manduzio. Für die Stuttgart. Es ist ein B4B. Schlussversuch von Kiamateng. 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 Wenn schnell gegangen wäre, wäre das Überzahlspiel da gewesen. Dieses taktische Foul. Jetzt aber der Freistoß. Jetzt muss ich sogar schnell machen. Dann geht es in der 3 gegen 2 Überzahl auf das Tor vom Borussia Dortmund. Assa Toptik war da am Ball. Kommt jetzt im Freistoß gegen sich, gefiffen. Der Mann, der beide Tore im Achtelfinale gegen den VfV Osburg erzielte. Und jetzt der Abschluss von Philipp Wagner. Abschlussstärkster Spieler bis zum BVB. Zwei Torschlüsse. Richtig große Möglichkeiten hat diese Partie noch nicht gesehen. Jetzt ist wieder Jerome Beisheit. Und auch er der Garant vorhin im Tor beim Neumeterschießen gegen den VfV Osburg. Dann ist er. Untertitelung des ZDF, 2020 Der VfB Stuttgart mit einer der höchsten Quoten, was ehemalige U16-Spieler angeht, die im Profibereich mittlerweile spielen. Andreas Beck ist zum Beispiel von TSG Hoffenheim, Loris Karius, der Mainzer Torwart war hier in Lüböcke, Bernd Leno, ebenfalls Keeper, dazu natürlich Sven Ulreich, der zweimal in Folge hier Torhüter des Turniers wurde. Der VfB Stuttgart, Serdar Taski, Timo Werner, Eigenwegs beim VfB. Die Liste geht noch viel, viel länger. Natürlich auch der BVB mit einigen prominenten Namen wie Uwe Hünemeyer, Tolgai Aslan oder auch natürlich der bekannteste Name Marco Reus. Das haben wir gestern schon mal erklärt, den Weg über Dortmunds Jugend nach Ahlen, nach Gladbach und dann wieder zurück zum BVB. Zurück zum Spiel. Weisheit. Wieder der Keeper der Stuttgarter. Und er könnte in große Fußstapfen treten, in meinen Augen. Für mich einer der stärksten Keeper hier im Turnierverlauf. Wird sicherlich auch beim Wettbewerb davon abhängen, wie weit die Stuttgarter kommen. Aber in meinen Augen war es halt einer der Favoriten. Auf den Titel Torhüter des Turniers. Jetzt die Chance für den BVB und da ist wieder Weisheit mit der Glanzparade. Gerade noch angesprochen von Luca Kilian. Vereiselt diese Chance. Macht einfach einen bärenstarken Eindruck. Jetzt wieder der Ball. Freigespielt vom BVB. Dortmund erhöht die Schlagzahl. Drängt jetzt langsam auf das Führungstor. Da ist Luca Kilian. Aber er hat schon einige Tore gemacht im Turnier. Über die Bande gespielt. Das war keine schlechte Idee. Und jetzt gibt es berechtigterweise einen Freistoß für den VfB Stuttgart. Weil da der Arm draußen war. Korrekte Entscheidung von Schleswig das Schäfer. Wieder Jerome Weisheit. Stück hat sie da mit drei Spielern vorne. Das war ein klasse Pass. Auf top tick. Aber gut verteidigt vom BVB. Oh, das war ein falscher Einroller. Richtig. Deswegen Ballbesitz für den BVB. Das war's. Okay. 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 Wir haben es schon mal gesprochen, für die, die später dazu geschaltet haben, der VfB Stuttgart hätte die Chance, mit Rekordsieger Hertha BSC gleichzuziehen. Drei Siege stehen auf dem Konto des VfB, vier bei Hertha. Der BVB gewann dieses Turnier noch nie. Bisher reicht es bei zwölf Teilnahmen nur für eine Finalteilnahme im Jahr 2007. Jetzt ist der Fehler gerade noch mal gut gegangen. Dortmund gleich gepresst. Fühlt sich im Buhlhut, war da ganz wach. Kam dann nur Sekunden zu spät. Jetzt sogar Kilian noch mal. Da sind die ganze Zeit die Hände im Spiel, genau. Richtige Entscheidung, Freistoß für den BVB. Oder Füßchen Buhlhut. Sagen wir mal vorsichtig, nicht ganz amüsiert über den Wechsel, dass er raus muss. Mal schauen, ob Trainer Christian Flüttmann die richtige Entscheidung getroffen hat. Das war stark gespielt. Jetzt die Drehung. Da kann man über einen Freistoß nachdenken, weil nämlich der Lauf des Stürmeister behindert wurde. Schäfer schüttelt gleich mit dem Kopf. Jetzt gibt es den Freistoß. Für den BVB, viereinhalb Minuten vor dem Ende. Und jetzt ist das 1-0. Wieder eine Standard. Philipp Wagner. Nach Freistoß von Gabriel. Chiara Matten. 1-0 für die Dortmunder. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. War zur Stelle. Tiara Mateng kriegt jetzt den Freistoß gegen sich gepfiffen. Gegen Gumu. Da ist wieder Weisheit. Stuttgart fehlt sich jetzt noch ein bisschen an Genauigkeit im Spiel. Hat auch wenig Chancen erspielt. Jetzt aber die Chance. Aber dann der Ball wieder geklärt. Das hatte Gumu. Gute Einschließmöglichkeit. Wurde aber gleich geblockt. Jetzt der Ballgewinn. Tiara Mateng. Wanner. Tiara Mateng könnte jetzt ganz artistisch loslegen. Muss das nicht, weil Gumu dazwischen ist. Zeit ist angehalten. Wechsel beim BVB. Und damit auch Hüsien Bulu zurück. Da, wo er am liebsten ist. Nämlich auf dem Feld. Da hat ihm noch einen kleinen Disput mit seinem Trainer. Alles gut. Alles ausgeräumt. Jetzt ist Schuckertag. In Überzahl, wenn es schnell geht. Aber dann wieder gut aufgepasst von Tim Sechelmann. Tim Sechelmann über die Bande gespielt. Klasse. Was für ein Tor. 3-0 BVB. Das war fantastisch gemacht. Da gibt es noch 10 Applaus in der Halle. 3-0 für den BVB. Das war alles so geplant. Da hat er angezogen, das Dribbling. Der Doppelpass mit der Bande. Und dann reingeschoben. Klasse Aktion. Die Niste. Wieder über die Bande. Und jetzt ist da Hüsien Bulu mit dem 4-0. Und der endgültigen Entscheidung für den BVB. Klasse vorbereiteter von Dortmunds Luca Kilian. Jetzt ist Schuckertag. Kommen immerhin zum Anschlussreiber. Zum 1-4. Für die Aster-Toptik. Der sich natürlich auch noch mal mit einem Tor verabschieden muss. Also insgesamt verdient der Sieg der Dortmunder. Haben einfach mehr nach vorne gemacht. in der Höhe vielleicht etwas zu hoch. Und so wie es jetzt aussieht. Im zweiten Mal habe ich den BVB. Wir gehen in die letzte Spielminute. Letzte Spielminute. Letzte Spielminute. Und auch für den BVB. Und auch für den BVB. Wir haben einen tollen Gast. Wir haben noch mal in der Überzahl. Drei gegen zwei. Wenn es jetzt schnell geht. Da ist wieder Luca Kilian, der den Ball nochmal zurücklegt. Natürlich zurücklegt. Wir haben ja Zeit. Tim Sechelmann. Und da ist wieder Kilian. Der klasse Eindruck hier macht. Und fast belohnt wird. Mit dem Tor. Zehn Sekunden sind es noch. Der BVB wird gewinnen mit 4 zu 1 gegen den VfB Stuttgart. Aber auch ein großes Kompliment an den VfB. Tolles Turnier gespielt. Tolle Aktion gehabt. Schade, dass Sie nicht mehr dabei sind. Und wir melden uns gleich mit dem letzten Viertelfinale.